Ich habe noch nie gesehen, dass ich so einen Bazar nicht gesehen habe. Ich konnte überhaupt alles, was für ihn zu kaufen. Schalte Bourbon hat Geld mit Soldaten und ich wollte ihn nicht verhindern. Wir sind jetzt vor der Marktstation. Eine Verbindungsstation zur Hanselinie. So mehr oder weniger. Ja und jetzt, ja, Bourbon kält ja anscheinend. Die wachen schon. Und dann wollen wir mal sehen, was da passiert. Ich habe noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen. Ich bin ein Barsch. Das ist Barsch. Ey, Leute, ich habe sie. So, was du, was du in diesem Moment hast? Und was du mit dir, Mann? Slarge, Herr, vielleicht alles so gut? Natürlich, wir gehen. Wir gehen. Und du schaust. Es ist ein kleines Schaden. Stehen! Ich spreche mit dir! Ja, hier sieht ja super aus mit euren Mützen. Oh, ne Kalash. Kriegt die auch? Ja! What? Natürlich! Wiggt mich doch! Sicherlich! Diese zwei können übergehen! Willkommen auf Prospekt Mira! Komm, komm, schau dich mit den Gästen! Oder willst du mit diesen Gästen bleiben? Hey! Seid mal vor der Sprache. Das war's. Oh, Patron, Patron, Patron. Jetzt müssen wir uns aufnissern sein. Scheiß auf Bourbon, drogen. Scheiß auf ihn. Scheiß auf ihn. Patron, Coon. Patron? Patron? Okay. Oh, Patron? See? Es gibt keine gute Dinge. Wir erzählen uns das Problem. Ich habe das Problem. Was? 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 Es ist ja schön, dass es mir so viel Zeit gibt, Penner. Es ist aber schön, wenn du da malst, keiner. Naja. Ist die Patronen versteckt? Patronen? Ja! Das haben wir heute schon lynchen! Das ist ein komputer Weder! Den scheinen Sie nicht, hören Sie nicht! Aber ich hab hier wieder Computern gesehen! Weil ich die Patronen versteckt ist! Ich hab hier Vitrisch gepackt! Ich hab hier einen großen Jeans gezogen! Das haben wir schon erwähnt! Das haben wir schon erwähnt! Das haben wir schon erwähnt! So stehen wir schon! So stehen wir schon vor! Mein Vater und mein Frieder! Ja du bist! Na klar, ich probier's fix! Wir müssen uns jetzt die Kürtion. Sag mal R alan zu! Was wir mit der Kürtion? Na, wir finden das schon mal? Wie Kamerad Bourbon spricht er mit irgendwem? Kommandier hat keine Zeit für mich. Das ist ja schon gut, das ist ja schon gut. Da mir auch nichts. Ja, Mama, du musst du dir. Sperre, wie du dir nicht zufuckst, ist es nicht mehr. Na der letzte Woche ist es schon besser. Ja, ich bin schon gut. Ja, ich bin schon gut. Und was ist passiert? Ich bin schon gut. Ich bin schon gut, dass nicht mehr aufstehen. Ich bin schon gut. Ich bin schon gut, dass sie nicht mehr aufstehen. Ich bin schon gut. Ein Patron hinterher. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da nicht mal was verkaufen können. Da haben wir die Waffe gar nicht ausgerüstet, von daher 121 Geschosse haben wir. Da können wir einiges an Patronchen kriegen. Okay, einiges ist auch nicht vertief, auf jeden Fall. Aber die haben wir ja auch nicht. Direkt verkaufen. Das ist die Pistole-Munition. Das lassen wir alles mal so wie es ist. Ja, okay, mehr gibt es hier was zu tun. Ein bisschen haben wir ja gekriegt. So, jetzt müssen wir ja Filter kaufen. Da gucken wir mal, zwei Portionen Filter. So, was hast du jetzt für mich? Jajajajaj. Oh ja. Ja, die brauchen wir hier. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und... Haaah. Die liegt jetzt, die oder die? Ja, die ist für die... Immer die. Ist halt für die Stealth-Aufträge besser. Okay, da geht's zur Hanse. Wo wir nicht hinkommen. Ja. 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 Bo-Bond wartet schon auf uns. Ja. Ja, ich glaub ich hab schon ne Ahnung wo es hingeht. Also dahinter ist ein Aufgang an die Oberfläche. Ich glaub da geht's jetzt hin. Ja. 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 Wenn du natürlich nicht willst, dass ich dich verabschiede, dann muss ich mich nicht verabschieden. Warum? Ich weiß nicht, dass ich dich verabschiede habe. Das ist ein Scheiß. Es ist ein Problem. Ja, stimmt. Okay. Okay. Es ist bereit. Es ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Jetzt machen wir hier die Knarre durchladen, sofern es ja genau, sofern es geht. So, ja, die Oberfläche, Leute. Und jetzt werden wir die Oberfläche betreten, vom postapokalyptischen Moskau. So, der Bahnhof sieht schon mal sehr einladend aus. So, jetzt gehe ich hier ein paar Hotspots ab, wo was sein kann. Ein paar Dinge kann man hier finden. So, hier unten geht es dann wieder zur Metro zurück, da können wir nicht lang. Jetzt müssen wir einmal hier aufpassen, denn hier ist eine scheiß Falle. Huch! Ekelhaft. So, jetzt schnell hoch. Bleiben wir noch weiter vorsichtig. Okay, zum Glück hat er mich nicht angegriffen. Tauschen wir mal die Gasmaske. Okay, die gleichen Eingriffe wie vorher auch. Okay, gibt es nix. Okay, 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 okay. Wir wollen die natürlich auch so schnell wie mit dem Geld. Geiles Bild, was geiles Riffity, muss man ja sagen. Oh, 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 oh. Dies gut. Batsang, nüchkuyze! Wow! Sieht hier sehr einladend aus hier. Sieht hier einladend aus. Er ist in der Schacht, du gehst da. Ich werde dich in der Stadt warten. Da gibt es eine Ordnung. Und nicht los. Und das ist wichtig, Artyom, das ist wichtig, du gehst nicht selten Schnee. Finde ich lustig. Oh, dabei fällt mir jetzt gerade auf, das Journal, könnt ihr euch eben zeigen. Das ist im Prinzip unsere, ja, unsere, ähm, unsere Quest-Log mit einem Kompass, der uns den Weg anzeigt. Das heißt geradeaus, da gegenüber diesem Hauseingang müssen wir rein, müssen in das Gebäude. Ja, und, ja, gehen wir mal los. Gucken jetzt noch mal eben, gibt es hier irgendwelches Loot. Das Wasser dürfen wir natürlich nicht anfassen, das ist, äh, ja, radioaktiv verstrahlt. Da sollten wir nicht rein gehen. Jetzt ist Vorsicht geboten. Wir sind jetzt hier alleine in der, ja, in der Stadt. Das ist natürlich schön, wenn wir Konflikte vermeiden. Ja. 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 Sofern es denn geht. Also jetzt ist hier äußerste Vorsicht geboten. Ja. 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 es ja so ein vorzieher Alter Schwede aber das ist ja noch harmlos Leute das ist ja noch harmlos das wird noch viel lustiger werden das ist ja noch harmlos aber ich darf jetzt nicht zu viel spoilern sonst krieg ich Angst besonders jetzt ich weiß hier in den Bürobereichen es sind auch ein, zwei Stellen wo man Loot einsammeln kann deswegen gehe ich jetzt hier so ein bisschen rum her na? Komm schon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so einfach an ihm vorbeikomme. Wir versuchen es einfach mal. Auf jeden Fall halten sie Shotgun bereit. Ich kann es jetzt schon kaum erkennen. Das war eigentlich nicht geplant. Wo kommen die jetzt hinterher? Die beiden stehen da noch. Dann können wir die auch hinter uns lassen. Mir geht so ganz, ganz gleich die Düse. Ich hab das so lange nicht mehr gespielt. Jetzt weiß ich aber, kommen wir eigentlich um einen Kampf schon nicht dran vorbei. Hier wird es auch im Kampf hinausgekommen. Also mindestens da vorne steht einer. Hütteln Alter, hab ich mich jetzt hier erschrocken. Steht hier vorne einer, ey. Die Krise. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Ich glaube. Ich glaube. Geht nur einer? Alter. Ah, du Hurensohn. Er leckt mich fett, das... Alter. Die hätten aber auch nicht reinkommen können von hier aus. Nö, nö. Alter Schwede, ey. Jetzt hab ich mich aber... Puh. Die haben hier fast eingenässt. Ich hab mir jetzt fast in die Hose geschissen, Alter. Boah, fick dich. Wie tot aufhalten. Wie tot aufhalten. Ja, hoch. Hier, was ist ihr denn? Alter! Alter Schwede, ey. Irgendwie ich jetzt auch erschrocken. Ich bin so schreckhaft geworden, als ich mich das Spiel nicht mitgespielt hab. Alter, leg mich fett. Was soll denn das? Ja, wisst du was? Das wird gleich nicht besser. Ich höre die schon wieder. Ich höre hier schon wieder Gegners. Das gefällt mir nicht. Aber hier ist ne... Hier ist ne Engstelle, ne? Das ist was, wir... ...sumdieren erstmal die Lager. Okay, da ist einer. Okay, das kann man. Oh, 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 nein! Ich hab' ich gesehen! Oh, 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 oh Was ist das? Irgendwie was zu melden, ey, scheiße, alter, ey, Verehmung des Grauens gepaart mit Angst des Grauens, aber jetzt habe ich euch alle, ne? Oder kommt hier noch irgendeiner um die Ecke gekrochen? Boah, leck mich fett, ey, jetzt habe ich mir jetzt... Puh, wie ich jetzt hier keine Ahnung hätte, ne? Was noch alles so von zukommt. Das wird nur so lustig. Ich habe irgendwie Angst. Ich will nicht. Ja, äh, jetzt muss er doch langsam mal den Filter wechseln, oder nicht? Filter wechseln. So... Ich glaube, ich werde sterben dabei, aber ich versuche uns einfach mal. Juhu, überlebt. Juhu, überlebt. Denn... Der geflügelte Bastard steht da vor uns und... ...zwischen uns und dem... Ranger-Lager. So, jetzt haben wir aber hier das... Lager der Ranger haben wir jetzt erreicht. Puh. Ich bin auf dem Boden. Ich bin auf dem Norden, nach WDNH. Ich glaube, es gibt Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn sie sich in ein paar Stunden zurückkehren, dann sag ich, Herr Präsident, wir sind unsere Leute. Glückwunsch. So. Ja, alter Schwede. Jetzt haben wir irgendwo das Sparta-Lager erreicht. Äh, einfach durchgegangen. Okay, den... Den geflügelten Bastard lassen wir mal so, wie er ist. Den lassen wir jetzt in Ruhe. Alter Schwede! Hab mich das jetzt wieder nerven gekostet, wie die ganze Nummer. Jetzt geht's hier in der kleinen, ja, Zwischensequenz hier, Ladebildschirm, Interhalt 2, dieses Levels. So echt... Huch. Ja. Was sag ich denn dazu? Hohoho. Bin ich erschkocken teilweise. Hilfe. Mann, 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 Mann. Das ist eines Metro-Veterans ja eigentlich gar nicht würdig, aber... Die hauen da aber auch eine Sache nacheinander aus hier. Vor allem, wieso wechselt er den Filter denn nicht? Geh, Blutspür führt uns hier zu einem Typen, der leider, ja, vergebens nach oben gerettet, sich nach oben gerettet hat. Oh, nein! Oh! Oh, oh, oh. Vor solches Wasser. Ah, jetzt haben wir eine Sache nicht gesehen. Schade. Ah, da hab ich nicht drauf geachtet. Wir hätten den Schwarzen nochmal sehen können, als er hier vorne... Oh. Wieder hoch. Als er da, wo Bourbon jetzt steht, äh... Über der Leise standen, hätten wir noch... Du, Wixer. Also da, wo jetzt, äh, Bourbon gestanden ist, ja, gab's hier nicht Loot? Egal. Äh, da hätten wir den Schwarzen noch sehen können. Nochmal. Jetzt egal. Ja, diese Waffel da, die, ähm... Das komische Luftdruckgewehr, das lasse ich jetzt mal außen vor. Oh, 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 oh. Huch. Alter, 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 äh... 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 Das war's für heute. Okay. das ist das zeichen für flucht ab in den schacht hier ja und an dieser stelle warten wir mal eben ab die späckige ich am korte der karte der die schmerz die schmerz der schmerz dem boli mit russi ja jetzt beginnen wir uns zur trockenen station wie wir es jetzt hier schon lesen können er da angeblich freunde aber ich glaube da nicht dran gut nichtsdestotrotz wir sind jetzt wieder in der metro drin keine oberfläche mehr juhu zumindest vorerst ja ich sag vielen dank fürs zuschauen bewertung nicht vergessen bis zum nächsten mal in der metro ja jetzt